Wir sind das Team Wall City. Wir wurden 1984 gegründet und sind eines der ältesten Frisbee-Teams Deutschland. Unsere Sportart zeichnet aus, dass wir auf dem Spielfeld ohne Schiedsrichter auskommen und nach einem Konzept namens Spirit of the Game die Regeln auf dem Spielfeld miteinander ausmachen und kommunizieren. Wir sind ein besonders spaßliebendes Team. Wir sind in der Szene bekannt für unsere gute Laune und aber auch für sehr viel Intensität auf dem Spielfeld. Letztes Jahr sind wir zum zweiten Mal Deutscher Meister geworden, das erste Mal schon im Vorjahr 2022. Außerdem sind wir letztes Jahr auch Fünfter in Europa geworden. Wir haben den Berliner Amateursportpreis verdient, weil wir letztes Jahr auf der Europameisterschaft als firstes Team ausgezeichnet wurden mit dem Spirit of the Game Preis.